Hallo und schön, dass ihr wieder bei uns seid bei unserem Podcast Ein Erzieher erzählt. Mein Name ist Mario und heute wollen wir ein bisschen über das Thema Freiheit reden. Ja, heute gibt es ein paar Denkanstöße zum Thema Freiheit, vor allem auch zum Beispiel in der Erziehung. Komme ich aber gleich drauf zu sprechen, denn wie immer gibt es vorher den Hinweis, dieser Podcast gehört zu meinem eigenen kleinen Unternehmen namens Abenteuer Eltern. Mit Abenteuer Eltern veranstalte ich Reisen in die Natur in und um Berlin für Familien und Kinder. Wer daran mehr Interesse hat, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei. Wir sind Abenteuer Eltern.de oder auch gerne auf Facebook und Instagram. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Abo dalasst, den Daumen nach oben drückt und einen kleinen Kommentar dalasst. Vielen lieben Dank dafür. Dann wollen wir auch gleich mal loslegen mit unserem Thema Freiheit. Ja, Freiheit in der Pädagogik, Freiheit in der Erziehung. Was bedeutet das eigentlich? Was ist das eigentlich? Beziehungsweise inwiefern geht das tatsächlich überhaupt in die pädagogische Richtung? Denn wir werden feststellen, dass das irgendwie tatsächlich auch eine unserer pädagogischen Grundlagen ist, mit denen wir uns beschäftigen können oder vielleicht auch sollten. Das heißt vor Weihnachten vielleicht nochmal der ein oder andere Denkanstoß. Und wie immer, nehmt einfach mit, was ihr gebrauchen könnt und lasst links liegen, was ihr nicht gebrauchen könnt. Denn ich werde hier niemandem erzählen, wie Pädagogik richtig funktioniert oder sowas. Aber es gibt dort einige interessante Dinge, die zu beachten sind. Denn Freiheit, das eine ist Freiheit, Gerechtigkeit ist ein Teil, der immer wieder ganz, ganz wichtig für unsere Erziehung ist, beziehungsweise auch Autonomie, das Herstellen einer mündigen Person. Und mit diesem Wort bin ich eigentlich auch schon direkt im Thema, unter anderem mit Immanuel Kant. Es wird heute um Immanuel Kant gehen und es wird unter anderem auch um Friedrich Schleiermacher gehen. Ja, tatsächlich hat Immanuel Kant nämlich unter anderem auch ein paar Dinge zur Erziehung beschrieben. Denn der Grundgedanke, der denke ich vielleicht oftmals auch mitschwingt, den wir heutzutage manchmal vielleicht so ein bisschen vergessen, dass unsere Kinder irgendwann zu einer mündigen, selbstständigen Person heranwachsen sollen. Und das ist ja was, was unnorm wichtig ist. Und in dem Zusammenhang schreibt unter anderem auch Immanuel Kant, dass ein wichtiger, unglaublich wichtiger Teil dazu ist, dass wir, okay, ist jetzt eine Weile her, unsere Triebe kontrollieren können. Mit anderen Worten, wenn wir unsere Emotionen, wenn wir einen absoluten Freiheitsbegriff verwenden, den können wir nämlich interessanterweise gar nicht verwenden, heißt das für uns, dass wir zu jeder Sekunde tun und lassen können, was wir wollen. Da merkt ihr schon, da schwingt vielleicht, wenn man das so sagt, was etwas mit, was im Allgemeinen Mund oftmals als anti-autoritäre Erziehung bezeichnet werden würde. Während dann Immanuel Kant sagt, das geht nicht, denn A, unsere Freiheit hört unter anderem dort auf, wo die Freiheit des Anderen anfängt. Das heißt, dort haben wir schon mal immer wieder ein Spannungsverhältnis. Eines der vielen Spannungsverhältnisse, über die ich immer so gerne rede. Und des Weiteren sagt er, naja, wenn wir keine Disziplin haben, uns nicht selbst kontrollieren können, dann sind wir tatsächlich immer irgendwo Sklave unserer eigenen Instinkte. Und das ist das, was uns vom Tier unterscheidet. Ja, sehr martialisch ausgedrückt, war natürlich auch 1800 sonst was, wie das Ganze geschrieben wurde, und eine ganz, ganz andere Zeit. Aber der Grundgedanke ist natürlich, dass wir irgendwo unsere eigenen Gefühle, dass wir in der Lage sein müssen, uns selbst einzuschränken. A, weil wir sonst andere Personen einschränken und deren Freiheit nehmen. Wie gesagt, dieses Spannungsfeld. Wie weit geht meine Freiheit, beziehungsweise die Freiheit des Anderen auch. Und wenn wir tatsächlich nicht in der Lage sind, uns mit unseren, ich sag mal, Instinkten oder unseren Gefühlen, unseren Emotionen auseinanderzusetzen und immer nur nach diesen Emotionen handeln müssen, sind wir dann wirklich frei. Sind wir wirklich frei, wenn wir nicht in der Lage sind, wenn wir meinetwegen ein Stück Kuchen, wir haben Lust auf ein Stück Kuchen, wenn wir dann nicht in der Lage sein sind, einfach Nein zu uns selbst zu sagen. Sind wir dann noch frei, sind wir dann nicht tatsächlich Sklave unserer eigenen Emotionen? Dazu möchte ich euch unter anderem nochmal ein kleines Zitat von Foucault auch vorlesen, der darüber folgendes schreibt. Warte mal, ich muss das mal hier kurz aufrufen in meiner PDF. Und zwar schreiben Brosmann und Perko, zitieren Foucault in ihrem Buch Ethik für soziale Berufe wie folgt, frei zu sein bedeutet nicht Sklave seiner selbst zu sein und seiner Begierde zu sein, was impliziert, dass man zu sich selbst eine bestimmte Beziehung der Beherrschung, der Bemeisterung herstellt, die man als Arche, als Macht oder als Führung bezeichnet. Mit anderen Worten, wir müssen zu uns selbst eine gewisse Beziehung herstellen, die uns selbst dazu bemächtigt, uns eine eigene Führung nach eigenen moralen, ethischen Werten zu geben. Und das ist tatsächlich etwas, was wir immer wieder irgendwo in unserer Pädagogik auch mit beachten, wo dann tatsächlich auch, finde ich, gerade Partizipation und Reflexion eine enorm wichtige Rolle spielen. Denn wenn man das natürlich im zeitlichen Verhältnis in die damaligen Dinge überträgt, 1900, Quatsch, 1800, noch was, war das Ganze natürlich sehr autoritär. Das war auch absolut autoritär gegen sich selbst und da war nichts viel mit Partizipation und Teilhabe. Aber wenn man das tatsächlich in einen partizipativen Kontext setzt, heißt es, dass wir uns hinsetzen müssen und die Kinder dabei begleiten müssen, ihre eigenen moralischen Werte rauszufinden, mitzureflektieren und zu schauen, was halten sie eigentlich für moralisch und ethisch vertretbar, um ihren eigenen Kompass zu entwickeln, um auch, wenn es nötig ist, gegen ihre eigenen Instinkte, sag ich mal, zu handeln. Wie gesagt, das Stück Kuchen zum Beispiel. Wenn man dann eine unglaubliche Lust auf ein Stück Kuchen hat, aber man merkt, das ist eigentlich mein 15. Stück diese Woche, dann sollte ich vielleicht dort ein bisschen mehr Kontrolle über mich selbst erlangen, weil sonst bin ich immer Sklave davon, dass ich Kuchen essen will. Ein Problem, das ich gerade schon fokussiert habe, was wir auf jeden Fall im Kopf haben müssen, ist allerdings, dass wenn wir nur nach diesem Maßstab handeln, dann kann es sehr schnell sein, dass wir in eine zu autoritäre, eine schwarze Pädagogik abdriften. Eine Sache, die ich eben schon gesagt habe, was dagegen verhelfen kann, ist, dass wir natürlich partizipativ handeln. Aber es gibt noch etwas anderes zu beachten. Denn wenn unser Fokus nur darauf liegt, dass wir unseren Kindern verhelfen, eines Tages zu einem vollmündigen Lebewesen zu werden, das heißt zu einer erwachsenen, selbstständigen Person, dann vergessen wir das hier und jetzt. Wir vergessen, dass ein Kind auch ein Kind sein darf und nicht nur der zukünftige Erwachsene ist. Das ist der Zwiespalt, in dem wir uns hier befinden. Und unter anderem hat diese Kritik auch ein gewisser Herr Friedrich Schleiermacher ausgedrückt, mit sehr drastischen Worten, die ich jetzt so nicht wiederholen möchte. Denn ansonsten müsste ich tatsächlich eine Triggerwarnung geben, obwohl ich davon kein Fan bin. Er hat das Ganze sehr, sehr extrem stark ausgedrückt. Und er beschreibt aber auf jeden Fall, wie unser eigenes Handeln oder das Handeln, unser pädagogisches Handeln, nicht nur darauf fokussiert sein kann, dass wir unser Kind zu einem zukünftigen vollmündigen Lebewesen verhelfen zu werden. Dort liegt ein ganz, ganz krasses Problem drin, denn sonst lassen wir unser Kind niemals ein Kind sein. Und das ist damals auch geschrieben worden, wie gesagt, 1800 und ein paar Zerdrückte, zu Zeiten einer sehr hohen Kindersterblichkeit, wodurch sich Friedrich Schleiermacher gefragt hat, wenn ein Teil von den Kindern tatsächlich, ihr wisst, 1800, ja, ich weiß gar nicht was, 85 oder so, dort sind leider immer wieder Kinder gestorben, traurigerweise. Das ist zum Glück jetzt auf einem Niveau, wo es fast null ist. Aber wenn Kinder überhaupt nicht das Alter eines Erwachsenen erreichen, wozu dient denn unser pädagogisches Handeln, wenn es nur auf diese Zukunft fokussiert ist, die teilweise nicht erreicht wird? Dort vergessen wir komplett die Gegenwart in der Erziehung und wir lassen unsere Kinder dann nämlich auf einmal nicht mehr Kinder sein. Und deswegen hat Friedrich Schleiermacher auf jeden Fall gesagt, Kinder haben ein Recht darauf, auch Kinder zu sein. Und das ist enorm wichtig, um nicht in so eine absolut autoritäre Richtung abzurutschen. Dazu gibt es tatsächlich einen Grundsatz, den ich in meiner eigenen Bachelorarbeit nochmal gefunden habe, den ich persönlich sehr interessant finde. Und zwar wurde der von Brumlick beschrieben, aus den Vorschlägen von Friedrich Schleiermacher. Und ich möchte euch den nochmal kurz vorlesen. Ich rufe das mal hier kurz wieder auf. Und zwar folgendes. Die Lebenstätigkeit, die ihre Beziehung auf die Zukunft hat, muss zugleich auch ihre Befriedigung in der Gegenwart haben. So muss auch jeder pädagogische Moment, der als solcher seine Beziehung auf die Zukunft hat, zugleich auch Befriedigung für den Menschen, wie er gerade ist, haben. So, da haben wir das. Das heißt, alles, was wir tun, selbst, was wir mit unseren Kindern pädagogisch tun, selbst wenn es einen starken Bezug auf die Zukunft hat, sollten wir versuchen, dort irgendwie auch einen Bezug auf den jetzigen Moment in der Gegenwart herzustellen und unseren Kindern dabei unter anderem auch einräumen, dass sie einfach ein Recht haben, Kind zu sein. Wir sehen also, das ist ein absolutes Spannungsfeld. So, wenn man das nämlich weiter treibt, wenn man das ganz extrem weiter treiben sollte, dann enden wir vielleicht sogar in einer sehr anti-autoritären Erziehung. Und ich persönlich halte beide Ansätze für falsch. Ist einfach so. Oder zumindest den, den man im allgemeinen Mund als anti-autoritär bezeichnet. Denn es gibt auch in Anführungsstrichen anti-autoritäre Konzepte, die wesentlich komplexer sind als das, was man so in allgemeinen sprachlich dann als anti-autoritäre Erziehung bezeichnet. Und dieser Teil ist tatsächlich, finde ich, unglaublich faszinierend. Dieses Spannungsfeld, in dem wir uns immer befinden. Zwischen, wir erziehen den zukünftigen Erwachsenen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat unser Kind aber ein klares Recht, auf die Gegenwart und einfach mal ein Kind zu sein. Und eine Lösung, wie ich sie für mich immer wieder gefunden habe, liegt so ein bisschen natürlich in der Situation. In der Situation, die wir gerade haben. Beispiel, ich habe ein, zwei Mal davon geredet, von unseren Waldkindern, mit denen ich gerade unterwegs bin, immer mal wieder, die Waldkindergruppe. Und zwar ist folgendes der Fall. Ich weiß, dass die an einem Samstag fünf Tage Schule hinter sich haben. Das sind alles Kinder im Schulalter bereits. Das heißt, sie haben da, ich sage mal, sehr viel auf die Zukunft orientiertes Handeln. Und eine gewisse Disziplin, die von ihnen natürlich abgefordert wird. Das heißt, bei den Waldkindern, weiß ich, die brauchen auch einfach mal Erholung in dem Moment. Die müssen einfach mal Kinder sein dürfen, durch den Wald laufen. Und klar, und ich plane, und ich tue, und ich mache, und sonst was. Und manchmal haben die da voll Bock drauf und sagen, ja, Schatzsuche zum Beispiel, wir lieben Schatzsuche. Und dann irgendwie so ein bisschen mit Anleitungen und hier und da und ein paar Teamaufgaben finden sie total toll. Und an manchen anderen Tagen merke ich, es ist gerade absolut nicht richtig für die, dass ich sie in irgendeine Struktur reinzwinge. Weil gerade die Struktur in der Schule schon so enorm ist, dass sie auch einfach mal ihre Ruhe haben möchten. Und dann laufen wir einfach durch den Wald, gucken, was wir entdecken. Wenn dann irgendwie die Lust nach Spielen da ist. Denn dann spielen wir halt ein Spiel. Teilweise wollten sie Bögen bauen. Dann haben wir uns ein paar Stöcker gesucht und haben Bögen gebaut mit einem Seilchen und sowas. Halt so Kleinigkeiten, die dann einfach sehr situativ gehandelt sind. Das heißt, unsere Kinder müssen auch immer wieder die Möglichkeiten haben, einfach Kinder zu sein. Weil ansonsten rauben wir sie in ihre Kindheit. Und das ist ein enormes Spannungsverhältnis. Natürlich, wenn wir dann quasi sie nur Kinder sein lassen und niemals auch versuchen, auf die Zukunft vorzubereiten. beziehungsweise auch nicht schaffen, ihnen beizubringen, dass ihre Freiheit bei den Grenzen oder bei der Freiheit der anderen auch aufhören kann, beziehungsweise sollte, je nach Situation. Dann nehmen wir ihnen auf die andere Art und Weise auch die Zukunft. Weil dann werden sie als Erwachsener Schwierigkeiten haben, sich in unserem Leben zurechtzufinden. Denn heutzutage haben wir zumindest in Deutschland eine Kindersterblichkeit, die sehr, sehr gering ist. Und dort ist dieser Zwiespalt, mit dem wir jeden Tag spielen, ist wie ein Ping-Pong-Match. Es ist mal hier, mal da und mal dies, mal das. Und das, finde ich, ist ein enorm interessanter Prozess. Es ist ein enorm interessantes Spannungsfeld, in dem wir uns täglich bewegen. Wo auch wieder, wie immer, jeder seinen eigenen Weg ein Stück weit finden muss. Und vor allem auch, jedes Kind eigene Bedürfnisse hat. Manche tendieren und lernen besser aus der einen Richtung. Manche tendieren eher aus der anderen Richtung. Ich wiederhole es nochmal, ich bin kein Fan von Extrem. Ich persönlich tendiere eher zu einem gewissen Mittelweg, den ich als enorm wichtig dann empfinde. Zu schauen, wann ist was eigentlich nötig. Wie zum Beispiel mit den Waldkindern, wo ich sage, ey, wenn die fünf Tage in der Schule sind und man merkt, die können gerade nicht mehr irgendwie Strukturen und noch nach irgendeinem Plan handeln, dann lass sie einfach machen. Auf der anderen Seite, manchmal in den Ferien merke ich das zum Beispiel, da haben die sogar richtig Bock auf Strukturen. Da wollen die richtig, richtig viel in die Richtung machen. So, und das ist was, da kann man immer gerne mal drüber nachdenken, wenn man einen Moment hat. Vielleicht ist es auch einfach so im Hinterkopf behalten. Jedem das Seine natürlich auch wieder. Aber für mich persönlich ist es pädagogisch gesehen ein absolut spannender Bereich. Das ist, denke ich, ein Thema, welches unglaublich wichtig ist. Und außerdem finde ich persönlich, ist es auch super interessant, sich dieses Spannungsverhältnis immer mal anzuschauen. Auch im Alltag, wenn ich mit Kids unterwegs bin, zu schauen, wie ist denn deren Situation eigentlich? Was sind gerade deren Bedürfnisse? Überwiegt das Bedürfnis der Zukunft vielleicht auch? Oder überwiegt gerade das Bedürfnis der Gegenwart? Wahrscheinlich ist es immer irgendwie eine Art Mittelweg. Und wenn ihr dazu eigene Gedanken habt, vielleicht auch einfach eine Frage habt, schmeißt die gerne in die Kommentare. Wie immer in den Kommentaren. Dann freundlich und höflich bleiben. Auch bitte keine passiv-aggressiven Sachen. Ja, aber sowas kriege ich auch mit. Und da habe ich wenig Lust drauf, muss ich zugeben. Und wie immer sage ich dann einfach mal, bleibt gesund. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Dies war ein Clip von unserem YouTube-Kanal Ein Erzieher erzählt. Ihr findet uns auch auf Spotify und Co. Lasst gerne ein Abo da, drückt die Glocke und liked das Ganze. Wenn ihr Fragen habt, lasst uns einen Kommentar da oder schreibt uns an podcast.wiesenabenteuer-eltern.de Dieser Podcast gehört zu meinem eigenen kleinen Unternehmen namens Abenteuer Eltern. Mehr Infos findet ihr auf wiesenabenteuer-eltern.de oder auf Facebook.